Herr Nützel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Ehlers, unser Beitrag wird so sachlich und fachlich sein wie das der Antragstellerin. Und Frau Präsidentin, bei aller Großzügigkeit, ich weiß nicht, ob Verarschung ein parlamentarischer Ausdruck ist, aber so empfinde ich das hier. Ich empfinde es schade um meine Zeit, um die Zeit meines Mitarbeiters, der sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Aber ich habe gedacht, da kommt was. Ich habe gedacht, da kommen Argumente. Ich dachte, da kommt was, womit man sich auseinandersetzen kann. Und hier kann man sich überhaupt mit nichts auseinandersetzen. Wir haben uns für immer, die Fraktion Die Linke hat sich immer eingesetzt für das Gesetz, für die Karenzzeit. Es ist ja dann auch gekommen, fast fortgleich, so wie wir das damals eingebracht haben. Und ich möchte, weil ich einfach wirklich fassungslos bin, einfach gar nicht mehr zu sagen, als das, was meine Vorredner getan haben. Es gibt keinen Grund, das jetzt schon zu ändern. Der Antrag ist gestellt worden, aus Gründen, die wir hier gehört haben, um das ganze Thema Schröder und Nord Stream nochmal aufzumachen und nicht, um wirklich in der Sache etwas zu ändern an der Zeit. Es ist purer Aktionismus. Und dass es, ja, so leid es mir tut, dem können wir nicht zustimmen. Dankeschön. Applaus Mit Vielen Dank.